Der Prolog von Urit vom 30. Oktober Gedenken Der heilige Hieromärtyrer Zenobius und seine Schwester, die heilige Märtyrerin Zenobia, waren aus der Stadt Aegea in Kilikien. Von ihren Eltern erbten sie den Glauben und großen materiellen Reichtum. Sie arbeiteten voller Eifer und für den Glauben und mit großer Liebe verteilten sie ihren ganzen Besitz an die Armen. Da ihre Hände so großzügig waren, beschirmte sie die Hand Gottes vor jeder bösen Absicht der Menschen und Dämonen. Zenobius' großzügige Hände, die den Armen gaben, wurden von Gott mit der Gabe der Wundertätigkeit ausgestattet und Zenobius heilte die Kranken durch schlichte Berührung von jeder Krankheit. Zenobius wurde zum Bischof von Aegea ernannt. Während einer Verfolgung verhaftete ihn der Präfekt Lysias und sagte, »Ich stelle dich vor die Wahl, Leben oder Tod, Leben, wenn du die Götter verehrst, oder Tod, wenn du das nicht tust.« Der heilige Zenobius antwortete, »Leben ohne Christus ist kein Leben, sondern Tod, während der Tod um Christi willen kein Tod, sondern Leben ist.« Als Zenobius' grausamen Foltern unterworfen wurde, trat Zenobia vor den Richter und sagte, »Ich will auch von diesem Kelch der Leiden trinken.« und mit dieser Krone gekrönt werden. Nachdem sie im Feuer und siedendem Pech gefoltert worden waren, wurden sie im Jahre 285 enthauptet. So gelangten dieser Bruder und seine Schwester in ihre Wohnstätte im Reich des unsterblichen Königs Christus. Die heiligen Apostel Kleopas, Tertius, Mark, Justus und Atemas wurden alle den 70 zugezählt. Der auferstandene Herr erschien Kleopas auf der Straße nach Emmaus. Lukas 24, Verse 13 bis 33. Tertius schrieb für den Apostel Paulus den Brief an die Römer, Römer, Kapitel 16, Vers 22, und erlitt das Martyrium als Bischof von Iconium nach dem Apostel Sosipater, Gedenken am 10. November. Der heilige Mark, oder Johannes, war der Sohn der frommen Maria, deren Haus für die Apostel und ersten Christen Zuflucht bot, und ein Verwandter von Barnabas, Apostelgeschichte 12, 12. Er wurde Bischof der samaritischen Stadt Apollonia. Justus war der Sohn von Josef, dem Verlobten der allheiligen Mutter Gottes. Zusammen mit Matthias war er einer der, die für die Stelle des Verräters Judas zur Wahl standen, doch er wurde nicht gewählt. Er erlitt das Martyrium als Bischof von Eleftheropolis. Der heilige Artemis war Bischof von Lystra in Lycaonia und entschlief in Frieden. Der heilige König Milutin war der Sohn von Urosch I. und Königin Helena und Bruder von Dragutin. Er führte viele Kämpfe, um den Glaubenden und sein Volk zu verteidigen. Er kämpfte gegen Kaiser Michael Baleolorus, da Baleolorus die Union mit Rom akzeptierte und die Balkanvölker und Athos-Mönche dazu zu zwingen, versuchte, den Papst anzuerkennen. Er kämpfte gegen Sisman, den König von Bulgarien, und Nogai, den König der Tartaren, um sein Land zu verteidigen. All seine Kriege waren erfolgreich, denn er betete ständig zu Gott und hoffte auf Gott. Er baute mehr als 40 Kirchen. Neben jenen, die er in seinem eigenen Land baute, Treskavac, Grazanica, Heilige Georg in Nagoritsch, die Kirche der allheiligen Gottesmutter in Skolpie, Banskia und so weiter. Er richtete ja auch Kirchen außerhalb seines Landes, in Thessaloniki, Sofia, Konstantinopel, Jerusalem und auf dem heiligen Berg. Er entschlief in Frieden am 29. Oktober 1320. Sein Leib erwies sich bald darauf als unverwest und wundertätig. Genau so ruhte er auch heute noch in der Kirche des heiligen Königs in Sofia, Bulgarien. Lobeshymne Der heilige König Milutin Der heilige Gottes Milutin der Tapfere hatte eine große und schwere Aufgabe, den Glauben gegen böse Schismatiker zu verteidigen und das Volk gegen viele grausame Tyrannen. Eine Peitsche war er für Paleoloros und für die Lateiner. Milutin triumphierte über alle Ungläubigen, der orthodoxe Glaube war sein großer Schatz und er war Justinians Perlenkrone. Und wie Justinian baute er viele Kirchen und verherrlichte den ruhmreichen Christus in der ganzen Welt. Königlich ging er mit den Dingen des Reiches um, doch sein Geist war nicht von Christus Gott geschieden. So war er rein und unschuldig im Herzen, ein ehrwürdiger Geist im Strudel der Welt. Gott, der auf das Herz schaut und dementsprechend urteilt, gewährte Milutin und Sterblichkeit und Sterblichkeit der Seele und einen nicht verwesten Leib. Und siehe, unser heiliger König ist auch jetzt noch unversehrt. Da du keinen Menschen fürchtest, o wundervoller König, sei unser Anwalt vor dem lebendigen Gott, dass er uns unsere sündigen Ungeheuerlichkeiten vergeben möge und uns zusammen mit dir des himmlischen Reiches würdige. Betrachtung König Milutin, dieser große Sohn der orthodoxen Kirche, rettete den Balkan vor dem Uniatentum. In jenem Moment, als das Gewissen des byzantinischen Kaisers geschwächt war, stand dieser ritterliche und göttliche Slave entschieden auf und mit Gottes Hilfe rettete er die Orthodoxie, nicht nur in seinem eigenen Land, sondern im ganzen Balkan. Wer das Leben dieses heiligen Königs näher untersucht, wird verstehen, warum ihm Gott Erfolg nach Erfolg gab, während seines ganzen Lebens in allem, was er tat. Als Milutin auf dem Thron gelangte, gelobte er Gott sogleich, so viele Kirchen zu bauen, wie er Jahre regieren würde. Er regierte 42 Jahre und baute 42 Kirchen. Neben einigen dieser Kirchen, zum Beispiel in Thessaloniki und Konstantinopel, errichtete er Hospitäler für die Armen, in denen sie alles kostenlos erhielten. Abgesehen davon bereitete es ihm Freude, den Armen aus seinem großen Reichtum zu geben. Dieser mächtige und reiche König kleidete sich oft in einfache Kleidung und ging in der Nacht mit zwei oder drei Dienern unter das Volk, wobei er nach Bedürftigen forschte und großzügig den Armen half. Inbitten seines großen Reichtums führte er ein sehr schlichtes Familienleben, obgleich er diese Seite niemals Außenstehenden zeigte. Er hatte sich an eine einfache Lebensweise gewöhnt, als er noch im Haus seines Vaters Urosch lebte. Es wird berichtet, wie der Kaiser Michael Baleolorus seine Tochter Anna mit einer Delegation an den Hof des Königs Urosch sandte und sie König Milutin anbot, um dem serbischen König für die Union mit Rom zu gewinnen. Doch als König Urosch den sinnlosen Luxus der Prinzessin und ihrer Begleitung sah, rief er, was ist das alles und wofür? Wir sind diese Lebensweise nicht gewohnt. Er deutete auf eine serbische Prinzessin, die eine Spindel in der Hand hielt. Seht, sagte er, solcher Art Dinge erwarten wir von unserer Schwiegertochter. Zum Nachdenken Lasst uns nachdenken über die wundersame Heilung des von Geburt an Gelebten. Apostelgeschichte Kapitel 14 Wie in Lystra ein Mann war, der von Geburt an niemals auf seinen Füßen gestanden hatte. Wie ihn Paulus im Namen des Herrn Jesus Christus heilte und er aufsprang und umherging. Homilie Über die Sehnsucht nach Gott, die einzige Sehnsucht der Gerechten. Denn was gibt es für mich im Himmel? Und außer dir, was wollte ich auf Erden? Psalm 72, Vers 24 Im Himmel, wie auch auf Erden, gibt es ein höchstes Gut für die Seele eines erwachten Menschen. Und dies ist Gott. Es gibt Gutes ohne Zahl im Himmel, doch der König des Himmels ist das höchste Gut. Es gibt Gutes ohne Zahl auf Erden, doch ihr Schöpfer ist unvergleichlich. Daher fragt die Seele des erwachten Menschen, was gibt es für mich im Himmel? Und außer dir, was wollte ich auf Erden? Ist der Fluss für denjenigen notwendig, der zur Quelle kommt, um dort zu trinken? Schätzt jener, der an der Tafel des Königs gegessen hat, die Mahlzeit des Hürden? Gott allein ist ausreichend, um allen Hunger, allen Durst der Menschen zu sättigen. Denn alles, was im Himmel und auf Erden ist, gehört Gott. Der Herr aller Güter ist das größte Gut. Der Schöpfer alles Süßen ist der Inbegriff der Süße. Der Träger aller Weisheit ist die größte Weisheit selbst. Die Quelle aller Macht und Barmherzigkeit ist selbst die größte Macht und Barmherzigkeit. Der Schöpfer jeglicher Schönheit im Himmel und auf Erden ist selbst die höchste Schönheit. Nichts Gutes kann in das Herz des Menschen gelangen oder von ihm erträumt werden, das nicht im höchsten Maß in Gott vorhanden wäre. Daher, meine Brüder, lasst uns Gott bitten und wir werden alles erhalten. Lasst uns reich werden mit Gott und aller Reichtum wird unser sein. O Herr, unser Gott, sei uns nahe, wenn dich unsere Seele sucht. Dir sei Ehre und Lobpreis in Ewigkeit. Amen.